hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu minecraft auf den pc ich bin auf einen server auf mineplex oder wie der heißt ja müsste mineplex sein und ich wollte mir ein bisschen hier mal gucken wie das so ist auf alter ist das laut ich hoffe ich übersteuere nicht so doll ist ungewohnt jetzt auf tastatur zu spielen ich bin jetzt irgendwie ähm controller und alter wiff bombt der die ganze zeit rum dann leckt das jetzt so toll ja toll wo sind denn hier der quatsch wo ist das denn was ich suche äh da macht er Bilder wo geh ich denn mal rauf äh ich geh dann mal zu ich habe masterbilder schon auf youtube mehrmals gesehen und ich dachte mir das kann ich ja auch mal machen so wie es sich jeder denkt und es geht gleich los leckt irgendwie ein bisschen doll ich muss gucken dass ich nicht zu doll übersteuere oder dass irgendwie so ein scheiß rauschen oder so drin ist oh ok mal sehen was von wort jetzt kommt komm schon piknik ach du scheiße ähm ne warte mal erstmal Boden Boden machen wir mal Wiese dann tun wir mal ein so alte wie sieht jetzt ein piknik aus ich weiß jetzt schon dass ich diese scheiß wieder verhauen werde ähm dann nehme ich mal sowas hier keine ahnung wie man ein piknik baut alle bauen riesengroß und ich baue wieder so minimalistisch entschuldigung dass man meine maus hört das ist so eine billige 5 euro maus weil vom laptop her die maus war nicht so gut dann habe ich mir schnell noch die geholt was eigentlich gelogen ist weil ich die noch zu hause rumliegen hatte von meinem alten laptop ähm ich hoffe dass es nicht zu laut ist klicken wenn dann könnt ihr mich ja in den kommentaren alter was 4 minuten remaining willst du mich verarschen könnt ihr mich ja in den kommentaren haten dafür so dann nehmen wir mal jetzt eine chest dann nehmen wir wo sind denn hier die kacken mobs wo du 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 villager so chest als piknikkorb hübsch ähm und ein villager und noch ein villager das sieht so scheiße aus huch ähm das sieht so richtig scheiße aus ich bin auch nicht so der richtig gute bauer Mist was ich gelernt habe Partikel Partikel hauen alles raus wenn ich da mal ähm wenn ich da mal rankomme ähm ach diesmal machen wir irgendeine scheiße weil ne lalala hoch lalala ein bombiges piknik nein huch falsch gedrückt ich wollte doch auf das wollte ich ähm erstmal ganze kacke weg machen ich hab keine ahnung das sieht scheiße aus ich bin zu blöden piknik zu bauen nix gut überhaupt nix gut alle bauen wir so richtig geile sachen und ich baue hier einen haufen scheiße kennt man ja schon soo ok wie zwei minuten remaining wird es mich verarschen oder was zack 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 fertig ähm wo ist jetzt knochenmehl ich bin sowas von nicht vertraut mit dieser steuerung äh da bauen wir das haben sie auch blöd gemacht dass man tausendmal da raufklicken muss das können sie doch machen dass man nur einmal raufklicken muss ja wenn ihr euch wundert ich hab Partikel ausgemacht also sowas jetzt hier also sonst kommen da mehr Partikel oh noch eine minute ok ja und ich stecke den Baum fest alt der sieht da scheiße aus ähm ähm mmmm wo sind jetzt hier die Schilder nehmen wir noch ein Schild sorry Done ok ok das wärs dann ich hab einen Haufen Scheiße gebaut nice mal sehen was die anderen so gebaut haben ich hoffe ich bin nicht ganz der schlechteste werde ich aber sein ähm alter mein Hals ist schon wieder so scheiße jetzt hab ich hier nichts richtiges gutes zu trinken ne schade auch wenn ich nicht rede hat irgendwie dieses Aufnahmeprogramm trotzdem was dass man irgendwas hören soll tut also da bewegt sich was ich benutze ähm nur so zur Info Outer City das ist das allererste mal dass ich Outer City oder so benutze und zum aufnehmen benutze ich den Game DVR weil ich hab ja Windows 10 drauf deswegen oh time is up mal sehen was die anderen alle so gemacht haben Alter meine Stimme ist schon wieder im Arsch ok mh wär bestimmt nice geworden wenn's fertig wär also geb ich mal an it's ok mh ähm ähm Entschuldigung so häh genau die Idee die ich hatte aber naja mh mh ne mh 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 bleib mehr weeh mh 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 Da geb ich mal... Na, ist ein bisschen... Ich geb trotzdem gut. Sieht ein bisschen komisch aus, ich geb aber trotzdem mal ein gut. So. Ja, meine Idee. Gibt aber nits okay, weil sieht halt besser aus als das, was ich fabriziert hab. Alte. Dann denkt man sich, wie schafft man sowas in 5 Minuten? Das sieht doch so kacke aus wie meins. Nein, ist es nicht. Okay, ja. Bleibt aber nits okay. Das war süß gemacht, aber es bleibt nits okay. Alle die gleichen Ideen. Ist auch wieder nits okay. Ja, sieht zwar gut aus, aber es bleibt nits okay. Ich hatte auch noch vor, ähm... Da man, wenn man... Das sieht doch so... Huch, das sieht doch so aus wie meins. Ja, das ist meins. Ich... Nein! Ähm, ich wollte auch noch die Windows 10 Vision mal antesten, weil die gab es noch dazu. Zu der eigentlichen PC-Version. Gibt's als Grazis dazu. Und wenn man die kauft... Und das ist irgendwie... Mäh? Weil... Naja... Geht. Oh, mir ist aufgefallen. Meistens ist gar nicht explodiert. Das ist schon mal ein Fortschritt. Okay, das ist ein bisschen... Naja. Ist okay. Ich glaube, ich nehm gleich nochmal ne Runde... Ähm... Windows 10 Version auf. Mal sehen, was da alles so gibt. Und ich bin nicht letzter. Geil. Ich bin... Dritter von unten, halt. Aber ich bin gut. Ich bin nicht ganz letzter. Letzter. Naja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Aber erstmal geh ich wieder zur Lobby. Ciao.